moin moin meine lieben freunde der militärischen uniform und ausrüstung heute kam paket an ich hatte mir was bestellt bei dem ausrüster aus hildesheim irgendwie vor 14 tagen stand ein newsletter was drin aus schweden unter hinten einmal in baumwolle und einmal in schurwolle und habe ich erst überlegt bestellt das bestellt es nicht ich habe es mir bestellt heute angekommen gleich ausgepackt und anprobiert ja und das baumwollteil habe ich jetzt an da sitzt richtig schön angenehm passt genau größe 48 50 kurze knopfleiste rund kragen schnitt sehr angenehm ärmel habe ich schon hoch gekrempelt weil es einfach zu warm ist jetzt aber zeige ich euch es eben wie das aussieht so der ärmelabschluss und wir auch gesehen haben ganz klassisch verschlossen mit einem knopf nicht zum einstellen nur eine weite so was auffällt bei diesem unterhemd ist der knopf an sich der ist nämlich aus blech das sollte darauf hin dass dieses unterhemd ein m39 unterhemd ist die nachfolgenden unterhemden hat nämlich einen plastik knopf den schauen wir jetzt gleich an weil ich habe ja hier noch das gleiche unterhemd in schurwolle liegen und dieses hemd hat den plastik knopf sonst alles identisch der schnitt ist identisch nur die knöpfe sind halt anders ausgeführt und das ganze teil ist aus schurwolle der ärmelabschluss ist auch etwas anders gehalten wir haben nämlich so ein bündchen und hier ist so eine schlaufe angenäht für den daumen nicht schlecht gelöst ich bin mal gespannt wie sich dieses schurwoll unterhemd im wintertag schlägt ist auf jeden fall sehr dünn gestrickt fühlt sich gut an vom material her coole sache wird sich zeigen ja muss sich einfach zuschlagen das gefiel und dann habe ich es dann doch bestellt einmal in wolle und einmal in der baumwollversion kostenpunkt war glaube ich 10 euro das andere 15 euro jetzt kommt der kater stückvisite hallo gilbert na schon wieder weg ja jetzt schauen wir uns noch mal eben die länge an von dem hemd die hemden sind richtig lang geschnitten aber wirklich passend für den winter und auch wie es in der zeit halt so üblich war das neuere hemd aus der schurwolle und wir sehen hat ungefähr ja sogar noch ein bisschen länger so viel zu den beiden schwedischen unterhemden einmal 40er jahre modell und das 60er jahre modell hoffe euch hat der kleine beitrag gefallen vielen dank fürs zuschauen bis die tage macht's gut und das ist gut